Was hältst du allgemein von NFT-Coins? Es gibt erstmal so keine NFT-Coins. Es gibt NFT-Related-Coins, also Coins oder Projekte, Krypto-Projekte, die eine Kryptowährung haben, die sich auf den NFT-Bereich fokussieren. Und zwar keine bunten Bilder, sondern meist irgendwelche Gaming-Sachen. Hier wird jetzt Gala genannt, hier wird Altair genannt. Gala zum Beispiel für mich ein gutes Beispiel, wo ich ein großes Massenadoptionspotenzial sehe. Warum? Die Gala-Games haben selber schon erfolgreiche Mobile-Games rausgebracht. Sie haben Games, die jetzt schon auch genutzt und gespielt werden. Und genau das ist so dieses Gateway, was gemacht werden muss, geschaffen werden muss. Nämlich der Zugang zu den Normalos da draußen, die ganz selbstverständlich einfach ein Mobile-Game spielen und daneben ein bisschen Krypto verdienen. Play to earn at its best. Und deswegen sind solche Projekte für mich interessant, um solche Use-Cases abzubilden. Hier sollte man aber immer gucken, was verbrieft der Coin eigentlich? Was kann denn der? Ist es einfach nur ein Coin, der einfach nur da ist? Eine In-Game-Währung? Das allein reicht nicht aus. Guckt euch die Token-Ökonomie an. Ich bin selber ganz tief drin im Token-Ökonomics-Space, habe dazu auch schon Schulungen gemacht, bei der Frankfurt School of Finance zum Beispiel. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt, wie man überhaupt es schafft, dass eine Kryptowährung wertvoll wird. Die Token-Ökonomie. Wichtig, wichtig, wichtig. Deswegen guckt nicht drauf, wofür steht der? Ja, das kann ein erster Impuls sein, aber fragt euch vor allem auch, was macht der? Und warum könnte der auf lange Frist ein gutes Investment sein und wertvoll sein? Ja. Ja.